Sich Zeit nehmen, den Dialog suchen und dem eigenen Körper einen ganzheitlichen Blick schenken. In kompetenten Händen und mit einem individuellen Therapieansatz. Dafür stehen die Verfahren und Therapeuten der Naturheilkunde. Es geht darum, den Pfad der Symptombehandlung zu verlassen und die körpereigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Ob naturheilkundliche Klassiker wie Bäder und Umschläge oder modernste Therapieformen wie hochdosierte Vitamin-C-Infusionen. In Anwendung und Ergebnis haben alle Verfahren etwas gemeinsam. Entsprechend kombiniert und angewendet werden die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktiviert und das persönliche Lebensgefühl dauerhaft verbessert. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Als Individuum mit allen Einzelheiten. Doch nur in kompetenten Händen entfalten Naturheilverfahren ihre volle Wirkung. Darum gehört der naturheilkundliche Arzt oder Heilpraktiker ebenso dazu, wie hochwertige pflanzliche Arzneien und Inhaltsstoffe aus der Apotheke. Mithilfe unserer Online-Therapeutensuche finden Sie einen naturmedizinischen Experten in Ihrer Nähe. Wie? Auf www.naturheilkunde.de den Menüpunkt Therapeutensuche auswählen. Postleitzahl und Behandlungsschwerpunkt eingeben und aus über 10.000 registrierten Naturmedizinern Ihren persönlichen Ansprechpartner erhalten. Passgenau und kostenlos. Rundum gesund. Mit ganzheitlichem Blick und in kompetenten Händen. PASCO Naturmedizin. Seit 1895. Immerhin sundaßig. Please check everyone. Best UV Guide.